Ist der Bullenmarkt wirklich die unendliche Geschichte und geht der Markt immer weiter nach oben? Naja, einige feiern den Aufwärts-Move, den wir aktuell sehen, und sehen darin das ganz klare Zeichen. Hey Leute, es kann ja nur weiter nach oben gehen. Aber die Bullen rechnen genau, zumindest mal sieht es aktuell so aus. Denn zumindest beim Nasdaq, das ist das, was wir hier sehen, NQ, das Kürzel dafür, der E-Mini-Nasdaq, oben links auf Wochenbasis, Tagesbasis hier, dann haben wir den 4-Stunden-Chart und hier im 5-Minuten-Chart. Der, wenn ich im 4-Stunden-Chart gucke, ich finde die Aufwärtsrichtung nach wie vor mäßig attraktiv. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sieht nicht so aus, als ob die Bullen an nichts anderes denken, als an die Aufwärtsseite und nur davon überzeugt sind, dass der Markt hier weiter nach oben geht. So sieht es klassischerweise aus, wenn der Markt in einem Korrektivmuster ist, also sprich in eigentlich einer Gegentrend-Bewegung, der sogenannte Counter-Trend. Und deshalb, mir ist das noch ein bisschen fishy. Ich habe den Eindruck, die Gefahr dieses Rücksetzers, die ist noch nicht gebannt. Naja, Druck im Tagesschart sehen wir nicht, zumindest mal nicht jetzt auf Kerzenbasis. Man sieht zwar hier auch so diese Tails, allerdings immerhin auf der Unterseite. Das lässt einige vielleicht dann hoffen. Mal sehen, wie es hier jetzt weitergeht. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht so glücklich damit, wie die Aufwärtsbewegung hier ist. Ich sehe immer noch eine gute Chance, dass diese gesamte Bewegung, die wir hier haben, auch mit den Überschneidungen im Tagesschart. Ihr seht den Rücksetzer hier im August bis Anfang September. Dann sehen wir den Rücksetzer hier im Oktober. Das ist alles irgendwie so richtig überschneidend. Mir gefällt das nicht. Irgendwie ist das fishy. Ich habe die Sorge, dass wir tatsächlich noch mal einen Ausflug Richtung 20.000 machen. Wir werden es sehen. Ich will also jetzt nicht sagen, das muss auf jeden Fall so kommen, aber so die ganz große Begeisterung bei mir schlägt noch nicht durch. Mal sehen. Aber wer schon auf die Short-Seite wechseln will, ja, da sind natürlich die Unterseiten als mögliche Trigger interessant. Ich hatte hier noch mal einen alten eingezeichnet. Das ist aber schon eine Weile her. Da war das das Hoch und das das letzte Hoch. Jetzt haben wir ein neues Hoch. Also jetzt könnte man auf jeden Fall das Tief von, was war das? 21. November als Trigger nehmen und ich bin fast der Meinung, naja, da können wir auch schon eigentlich das Tief hier mal überlegen für diejenigen, die ganz schnell da rein wollen, wenn ihr auf dieser Zeitebene eben eure Argumentation sucht. Aber ihr seht schon, irgendwie die Unterseiten durchstoßen wäre dazu hilfreich. Eigentlich der ist aggressiv. Der gibt ein schöneres Chance-Risiko-Verhältnis, aber hat natürlich nicht ganz so hohe Trefferquote, weil der Kurs natürlich irgendwie so in den Bereich der unteren Marke rankommen kann. Ein bisschen unterschießen ist ja jetzt auch nicht so selten. Deshalb ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ihr seht schon, also Brüche der Unterseite wären ein Indiz für eine Wende, dass der Markt das tatsächlich will. Wir hatten ja gestern schon mal so einen Ansatz hier im 5-Minuten-Chart uns angeguckt. Schub runter, wackelig hoch und nochmal. Der Rücksetzer war aber nicht ganz so tief. Später hat er es dann doch noch so halbwegs geschafft bis zur 100er Marke. Aber da kann ich mir vorstellen, haben einige die Nerven verloren. Oder aber im besten Sinne, naja, was gemacht? Und dann Zwischenlong. Warum? Das ist ein ganz klarer Schub. Das ist ganz klar korrektiv. Wieder in die Mitte rein. Und das geübte Auge würde sagen, naja, hier das, nochmal nach da oben. Und dann sind wir genau dahin gekommen, wo der Kurs eben entsprechend hin soll. Also ihr seht, dieses Grundprinzip, das lässt sich in beide Richtungen immer wieder finden. Also Abwärtsseite wackelig hoch oder Aufwärtsseite stark wackelig runter. Und das ist wahrscheinlich im Moment auch so das beste Vorgehen, dass man einfach sagt, okay, na gucken wir mal, wie sieht es denn da aus? In diesem Moment, im 5-Minuten-Chart, ist das noch auf beiden Seiten relativ wackelig. Also da kann man noch nichts sagen. Das kann sich allerdings in den kürzeren Zeitebenen schon bald ändern. Wir gucken uns das, wie immer, am Dienstagabend um 18.30 Uhr dann im Live-Trading an. Wenn ihr wollt, seid ihr mit dabei. Den Link wieder ans Ende gesetzt, jetzt hier in dem Video, beziehungsweise als ersten Text. 18.30 Uhr geht es los. Und wer dieses Video jetzt sieht, nicht auf YouTube, der sollte, es gibt da meistens einen kleinen Klicker, da könnt ihr auf YouTube angucken klicken. Und dann habt ihr auch den entsprechenden Link ganz am Ende des Videos, beziehungsweise als ersten Kommentar. Falls ihr das sonst nicht seht, manchmal wird das dann nicht mit übertragen, dann müsstet ihr diesen Umweg gehen. Na gut, da wollen wir mal gucken, ob wir da vielleicht heute Abend was direkt daraus machen können, irgendwas, was wir direkt sehen. Ganz abwegig ist das ehrlich gesagt nicht. Na, schauen wir mal, was da eben geht. Aber die Bullen rechnen sich, müssen tatsächlich genau nachrechnen, ob sich das Ganze lohnt. Das ist beim S&P, ja, ein bisschen ähnlich, aber eben dann doch nicht. Was ist denn anders? Hier, der S&P ES, das Kürzel hier ist S&P Mini Future, oben Wochenende, also die Zeiten sind immer die gleichen jetzt hier. Da seht ihr die Aufwärtsbewegung, da hatte ich schon gesagt, wenn der hier irgendwas auf der Unterseite durchbricht, kriegen wir vorne hinten nochmal. Er hat aber nichts durchbrochen. Im Gegenteil, wir sind jetzt fast hier auf der neuen Hochhöhe. Das ist ein gutes Zeichen. Was ich nicht so doll finde, ist, dass ihm das so schwer fällt. Vergleicht ihr mal diesen Aufwärtsarm mit diesem, dann habt ihr keine Fragen, wo der Marktteilnehmer mehr Lust hatte, reinzuklettern. Also ihr seht, dass wir hier starke Bewegung, starke Bewegung, starke Bewegung. Und das? Hm. Wir sehen, dass wir viele Rücksätze haben, die auch noch so halbwegs oder sogar tatsächlich überschneiden. Also ihr seht, meine Zweifel sind nicht unberechtigt. Aber blindlings jetzt Shortgehen ist natürlich auch keine Lösung. Also insofern, wenn dann die Zwischentiefs. Das wäre dann dieses hier. Wer sich jetzt wundert und sagt, aber hier war doch auch ein Zwischentief. Nee, nee. Dieses Tief ist ja schon rechts von dem Hoch. Ich brauche aber ja innerhalb der Aufwärtsbewegung. Alles, was rechts von Hoch ist, ist ja innerhalb aktuell der Abwärtsbewegung, weil der war ja höher. Ja, also insofern ist das eine Orientierung. Das Tief vom 22. hier, da haben wir nicht so viele Tiefs, das werdet ihr finden. Also das hier wäre eine Möglichkeit, um gegebenenfalls da reinzukommen für die Short-Seite. Mal gucken, ob er das bietet. Im 5-Minuten-Chart, auch hier, hatten wir jetzt jüngst den starken Anstieg und auf jeden Fall korrektiv mit dem Verdacht auf weiter nach oben. Jetzt fängt er aber an, hier gruselig zu werden. Mal gucken, ob wir dann nachher was basteln können, je nachdem, wie die Situation dann aussieht. Ich freue mich schon. Gucken wir dann mal, was da geht. Übrigens Tipp, weil viele Wünsche werden hier immer reingeschrieben. Das finde ich natürlich super, aber beantworte ich dann lieber eigentlich nicht jetzt während des Index-Updates. Die sind eh immer schon viel zu lang, die Dinger. Das heißt, guckt euch die Webinare an. Die sind ja auch kostenfrei. Es ist ja nicht so, dass ich euch jetzt hier irgendwie in was reinlocken will. Guckt es einfach da an, stellt dann eure Frage und ich werde dann, so gut ich kann, dort Fragen beantworten und dann auch auf andere Märkte eingehen. Gold zum Beispiel ist sicherlich spannend. Aber kein Index und dementsprechend jetzt in diesem Video nicht so spannend. Sehr spannend, aber eben nicht drin. Aber der Dow Jones, YM, das Kürzel für den E-Mini Dow Jones Future. Mal gucken, wie das heute Abend wird. Wir reden ja immer so darauf, gibt es auf Tagesebene irgendwie was Umkehrmäßiges. Das ist in den letzten Tagen tagsüber teilweise so gewesen, aber gegen Tagesende hat sich das Ganze dann nochmal aufgelöst. Mal gucken, ob das hier ein Engulfing-Pattern wird. Das war ein Engulfing. Ihr seht, der rote Körper umschließt den grünen Körper. Hier wäre es sogar noch schöner, weil der Tail von der grünen niedriger ist. Ihr seht das hier, da ist der, dippt nochmal da oben drüber. Mal gucken. Aber noch ist es zu kurz. Dafür müsste der rote Tages-Tiefpunkt, nee nicht der Tiefpunkt, sondern der Schlusskurs unterhalb des gestrigen Öffnungskurses liegen. Dann wäre es ganz richtig für die Hardcore-Candlestick-Fetishes. Na gut, das brauchen wir ja nicht zwingend. Wir können ja hier auch nochmal gucken, wie das in den kleineren Ebenen aussieht. Ich habe so ein bisschen Verdacht hier. Das ist dieser Anstieg, den wir hier hatten vom 19. November. Das ist hier jetzt unter der Lupe ein bisschen mehr Details. Und der Verdacht, wir hatten hier ja eine kleine Pause. Wir hatten hier eine kleine Pause. Die passen so halbwegs zusammen. Wir hatten einen Anstieg und eine größere Pause. Anstieg und der Verdacht, wir sind jetzt wieder in der etwas größeren Pause. Das würde dann quasi die Chance bieten. Moment mal, Moment. Wir sagen immer, fünfwellig ist so eine Bewegung irgendwie sowas. Das, hier intern haben wir das ja mit dem kleinen Rücksetzer, also wenn dem so wäre und der Rücksetzer hier, das hatte ich ja gestern schon mal angedeutet, ähnlich groß ist wie das, was wir hier haben, dann ist der Verdacht, dass es noch einen zumindest nach oben geht, relativ groß. Also für den Dow Jones gefällt mir das, obwohl es gerade runter geht, mit am besten. Da würde ich gar nicht mal sagen, dass das so dramatisch negativ ist, sondern eigentlich habe ich den Eindruck, dass das nicht die schlechteste Situation ist für nochmal einen Anstieg. Das wäre dann die fünfte Welle. Nur, wenn man bis fünf zählt, da ist dann häufig erstmal Pause, da ist erstmal Schluss. Das heißt, wir müssen dann damit rechnen, dass anschließend nach diesem Punkt, wo auch immer der liegt, es dann doch erst nochmal ein bisschen nach unten geht. Ob das dann schon im ganz großen Stil ist, mal sehen, oder eben doch nur im kleinen, ja, realistisch, das werden wir uns dann angucken zur gegebenen Zeit. Im Moment ist das noch nicht der Fall. So, hier kann man noch nichts rauslesen, im 4-Stunden-Chart, ihr seht, wir sind gerade in der ersten Stunde erst drin, also ob das eine Umkehrkerze, also sprich ein Hammer wird, der ja sehr gerne dann für die Aufwärtsrichtung wieder wirbt, okay, aber das haben wir im Moment noch nicht. Also wenn das hier nachher so aussieht, wie zum Beispiel das, ist ein Anstieg nach oben nicht unrealistisch, sagen wir es so, aber das werden wir dann noch sehen. Im Moment, die Kerze hat ja noch ganz viel Zeit vor sich. Das kann sein, dass wir das im 5-Minuten-Chart auch wieder gespiegelt sehen und deshalb meine Hoffnung, dass wir vielleicht im Live-Trading nachher, wenn der Kurs jetzt weiter ein bisschen hoch geht und beim Päuschen macht, dass wir genau das umsetzen. Also das sollten wir uns mal vormerken, wenn das so halbwegs so aussieht, dann machen wir da auf jeden Fall, ja, zumindest mal werfen wir einen genaueren Blick im Live-Trading draus und können mal gucken, wie gestalten wir den Trade, wie machen wir das mit der Risikoumsetzung. Das können wir uns dann nachher angucken. Zeige ich euch, wie wir das machen und wenn wir nicht ganz schnell reagieren müssen, zeige ich euch auch, mit welchen Variationen wir entweder selber sogar echt arbeiten oder die wir gut finden, auch wenn wir sie nicht umsetzen. Das wundert den einen oder anderen, warum setzt das nicht um? Naja, wir müssen natürlich immer recht konsistent handeln, da können wir nicht dann mal so, mal so machen. Das heißt, da gucken wir dann, ist das unsere Hauptidee, wie wir sie umsetzen? Ich weiß aber, jeder sieht das ein bisschen anders und deshalb zeige ich euch gerne Varianten, die ich ebenfalls für absolut in Ordnung finde. So, also so richtig der Burner, so richtig der Mega, den haben wir jetzt eben gerade nicht gesehen. Das gefällt mir der Russell RTY, ist das Kürzel, ihr seht das hier, Mini Russell 2000, im 5-Minuten-Chart eigentlich fast am besten. Denn, wenn ich mir den Anstieg angucke, das sieht doch schon ganz brauchbar aus. Also, vielleicht auch hier heute Abend genau das Ding, dann gehen wir das mal durch, welche Einstiege, welche Varianten da relevant sind. Also, der gefällt mir von der Seite am besten. Aber, dafür müsste er jetzt dann auch wirklich irgendwie hochgehen und eine korrektive Pause, so ähnlich wie wir das beim Nasdaq ja hatten. Da hatten wir es historisch gesehen, hier liegt es vielleicht noch vor uns. Also, für alle diejenigen, die jetzt auch ein bisschen eigenständig mal was machen wollen und sagen, hier, ich will ja nicht immer nur mir hier folgen, sondern das eigenständig mal ausprobieren, behaltet den mal im Blick, ob das Muster hier so einigermaßen wiedererkennbar ist. Das würde insgesamt auch in die übergeordnete Situation passen. Der Gedanke dazu, Schub hoch Korrektur. 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht im Kleinen. Hier wieder die nächste größere Korrektur, das Pandor zu dieser Geschichte. Hier quasi nochmal. Und jetzt, die fünfte Welle nach oben, das ist das, was sich hier andeutet. Und möglicherweise nachher ja auch hier in der Umkehrkerze. Die haben wir aber noch nicht, weil auch hier die 4-Stunden-Kerze ja erst gerade am Anfang steht. Ja, und der DAX. Das Übergeordnete beim DAX gefällt mir nach wie vor. Mit Blickrichtung, Richtung nach oben. Die Abwehrseite war zu korrektiv hier auf Tagesebene. Das hier übrigens der DAX Future. Ganz kurz der DAX im Vergleich. Ihr seht das nicht großartig anders. Es gäbe ein bisschen mehr. Ist klar, der DAX macht ja immer dann abends zu und reagiert dann noch auf das, was dann über Nacht oder in Amerika oder Asien oder sowas passiert ist. Während der Future das natürlich dann auch im Kurs dann mitmacht. Deshalb gucke ich da lieber eigentlich auf den Future-Kurs. Insofern eigentlich ganz interessante Geschichte. Für die bullische Seite so ganz glücklich bin ich aber auch nicht. Irgendwas ist immer. Was ist denn jetzt schon wieder nicht? Naja, der Kurs kam von oben. Das ist, also wir sehen das hier im 4-Stunden-Chart. Ich mache es mal größer. Das ist ja erst mal gut. Und dann hatten wir hier das Tief. Das war diese Wackelig-Kiste. Ich mache es noch mal kleiner. Ja, das ist übrigens der Grund, warum ich immer mit den Vierfach-Charts arbeite. Ich mache es mir immer groß, damit ihr es besser erkennen könnt. Dieses wackelige Zeug hier unter der Lupe mit mehr Details ist das hier. So, das machen wir jetzt mal gerade groß. Das ist der tiefste Punkt. Irgendwas hat hier begonnen und zwar nach oben. Ja, der erste Teil war ja noch ganz hübsch. Haben wir schon darüber gesprochen. Ne. Wo haben wir es? Das ist der Schub hoch, A, B, C runter und eben die Schub hochseite. Ja, so weit, so gut. Große Korrektur war auch hier. Dann hatten wir hier eine etwas kleinere Korrektur und jetzt hier wieder. Aber das sieht auch mit diesem kleinen Tail, den wir hier hatten, schon wieder latent korrektiv aus. Wir können jetzt vielleicht darauf hoffen, naja, das ist ja ein Intraday-Tail hier. Muss man den beachten? Naja, es gibt schon ein paar Marktteilnehmer, die den nicht so sehr auf dem Radar haben, aber ein paar eben schon. Das heißt, ganz unangefochten für die longen Seite ist das nicht. Sonst hätten die Marktteilnehmer sich das nicht bieten lassen, den Kurs nochmal so runter zu treiben. Also insofern ist der Verdacht, dass das hier und hier korrigiert und damit wieder überschneidend ist, zumindest mal im Raum. Es ist nicht so ganz deutlich, es ist aber nicht so ganz schön. Wenn ich das jetzt hier mal gucke beim Index, da sieht man es nicht so sehr. Wir haben hier aber die rote Kerze. Ihr seht das hier beim Index im 4-Stunden-Chart. Nicht gut, nicht optimal. Also insofern, eigentlich bin ich auf der bullischen Seite. Eigentlich hätte ich mir am liebsten hier gewünscht, dass wir irgendwas Starkes hochkriegen. Oder wenn Pause, dass eben zwischen den Pausen eine Lücke ist. Genau das ist jetzt im Moment nicht der Fall. Das heißt, der Verdacht ist ernsthaft im Raum. Also ihr seht schon, ich bin heute relativ verhalten. Das heißt nicht, dass der Kurs nicht doch noch nach oben gehen kann. Zumal ja eigentlich beim DAX insbesondere meine Erwartungshaltung eh nach oben nochmal geht. Also ich bin jetzt nicht super negativ drauf, versteht mich nicht falsch. Aber Begeisterung kenne ich anders aus dem Fernsehen. Also so ist das nicht, dass ich sagen kann, jetzt, ja, also die sind ja sowas von scharf drauf. Das kann unter anderem auch daran liegen, dass diese Woche verkürzt ist. Wir denken alle dran. Am Donnerstag sind die Thanksgiving-Tage. Also es ist natürlich ein Thanksgiving-Tag plus ein langes Wochenende wegen Brückentag. Am Donnerstag hat die New York Stock Exchange zu, hat die Nasdaq zu. Freitag haben sie nur halbtags offen bis 13 Uhr ihre Zeit, also 19 Uhr deutsche Zeit. Also alles nicht so richtig mit Aktivismus und ich vermute fast, dass bis dahin keiner sich so richtig mehr aus dem Fenster lehnt, sondern dass man einfach sagt, ach komm, ich schiebe da mal eine ruhige Kugel. Wann immer ich da ein bisschen was sehe, was mir gefällt, greife ich mal zu und mache da mal eine Runde mit. Aber sich so richtig zu committen und zu sagen, jetzt machen wir vorher noch, ich vermute fast, das wird nicht passieren. Die große Hoffnung, also dass nach dem Black Friday, also nächste Woche Montag, das Ganze dann nochmal richtig durchstartet, die es da durchstarten. Zumindest beim DAX, relativ realistisch nach oben. Bei den anderen mal gucken, wie die nächsten Tage sich entwickeln. Morgen gucken wir uns das Ganze ja auf jeden Fall auch nochmal gemeinsam an. So, jetzt hier der Link ganz am Ende. Wenn ihr ihn nicht seht, drückt auf YouTube angucken. Das müsste bei euch angezeigt werden. Da habt ihr dann den entsprechenden Link. 18.30 Uhr geht es los, Live-Trading kann man auch in der Aufzeichnung noch gucken, wenn man sagt, ach Gott, dann gucke ich mal, was der da fabriziert hat. Ansonsten sehen wir uns auf diesem Kanal und auf diesem Thema morgen wieder im Index-Update am Nachmittag. Euch alles Gute und liebe Grüße.